Schuss Schnapp euch diese Person Schuss bereit Schuss Vorsicht, das sind ja fast ohne Leute da getroffen Schuss bereit Du hast ein Typ bei dem Auto Schuss bereit Ziel neu gesetzt Kohl, der bewegt sich wieder Das ist zu nah an der Verstärkung Ich wiederhole, zu nah an der Verstärkung Auf die Blink-Signale achten Schraube ich, das sind ja fast ohne Leute da getroffen Noch mehr Fahrtverbände Lachen die Typen fest Ja, guter Schuss Ich bin hier unten lauter Einzelteile Das ist ein Typ bei dem Auto Signal ausschalten Signal ausschalten Vorsicht beim Feuern, das ist die Verstärkung Das mit dem Blink-Signalen sind unsere Leute Auf die Blink-Signalen ist die Verstärkung Schnapp euch die Person Schnapp euch die Person Kohl, der bewegt sich wieder Schnapp euch die Person Das ist ein Typ bei dem Auto. Wir werden abbauen. Ja, aber ich habe nicht. Lass ihn. Unterhaltung. Vollfire, wir haben die Landeszone erreicht, aber wir werden von allen Seiten beschossen. Vorher Feuerunterstützung abgefahren. 20 Einheiten leer, der Landeszone auf den anderen Richtungen. Vorsicht, beim 45 Millimeter nahe der Landeszone bleiben. Und jetzt ist es nicht, wenn wir jetzt aufeinander holen. Vorsicht, das hätte fast unsere Leute da getroffen. Wir haben ein Fahrzeug in Bewegung. Aufgefeiert. Ja, bumm. Da ist ein Typ bei dem Auto. Ziel neu gesetzt. Schatz bereit. Schuss. Signal ausschalten. Schuss. Das Geldreichweite setzt. Das ist zu nah an der Verstärkung. Ich wiederhole, zu nah an der Verstärkung. Auf die Blink-Signale achten. Scheiße. Muss wirklich voller Benzin gewesen sein. Achtung, es kommen ein paar verbindende Hubschrauber. Achtet auf euren Beschuss. Verstanden. Für den Flugzeug muss ich das Danke für die Hilfe. Bravo 6 Ende. Ich will den Aufnahmen hier nur Spaß haben. Das habe ich gehört. Vorsicht, das hätte fast ohne Leute da hingekommen. Vollfeier, wir haben die Landeszone erreicht, aber wir werden von allen Fressen beschossen. Vor der Feuerunterstützung abgefahren. Weitere Einheiten her, sieht der Landeszone aus mehr Richtung. Vorsicht, 25 Millimeter nahe der Landeszone bleiben. Vorsicht beim Feuern, das ist die Verstärkung. Das mit den Blink-Signalen sind ohne Leute. Gut, überlegt sich wieder. Schutz bereit. Ziel neu gesetzt. Schutz bereit. Signal ausschalten. Schutz bereit. Geht ihm ein saures. Vorsicht, das hätte fast unsere Leute da getroffen. Vorsicht beim Feuern, das ist die Verstärkung. Das mit den Blink-Signalen sind unsere Leute. Verfeuert. Das ist ein Schiff bei dem Auto. Freikabade anzugreifen. Scheiße, muss recht nicht voller Benzinkrisen sein. Achtung, es kommen ein paar verbündete Hubschrauber. Achtet auf euren Beschuss. Verstanden. Vorsicht, das hätte fast unsere Leute da getroffen. Wir bewegen uns jetzt auf die Hubschrauber zu. Danke für die Hilfe. Bravo 6 Ende. Auch hier mal. Feuer, wir haben die Landezone erreicht, aber wir werden von allen Seiten beschossen. Vorher, Feuerunterstützung hat Gefahr. 20 Einheiten nähern sich der Landezone aus mehreren Richtungen. Vorsicht, beim 25 Millimeter der Landezone bleibe. Ziel neu gesetzt. Schutz bereit. Nein, den Typen fest. Vorsicht beim Feuer, das ist die Verstärkung. Wir haben ein Fahrzeug in Bewegung. Schutz bereit. Freigabe anzugreifen. Vorsicht beim Feuer, das ist die Verstärkung. Das mit den Blink-Signalen sind unsere Leute. Feinde überqueren das Feld. Rutsch jetzt sie aus. Gerne, ich weiß es nicht. Keine Dage aufschalten. Da ist ein Schiff bei dem Auto. Angefeuert. Chip flieht. Schutz bereit. Verstanden, der Chip bewegt sich. Achtung, es kommen ein paar verbündete Hufschrauber. Achtung auf eurem Beschuss. Verstanden. Wir haben die Landezone erreicht, aber wir werden von allen Seiten beschossen. Vorder- und Feuerunterstützung an Rutsch. Feindliche Einheiten nähern sich der Landezone aus mehrer Richtung. Vorsicht, beim 25 Millimeter nahe der Rade vorne bleiben. Gut, er ist erledigt. Und jetzt zurück zu den anderen. Gut, er ist erledigt. Und jetzt zurück zu den anderen. Wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch, wenn ich die aufnehme. Zug nah an der Verstärkung. Achtung, es kommen ein paar verbündete Hufschrauber. Achtung auf eurem Beschuss. Verstanden. Ici, ich habe die Hufschrauber. Valfire, wir bewegen uns jetzt auf die Hufschrauber zu. Danke für die Hilfe. Bravo 6 Ende! Ehhhhhh! Geeeehhh! Geeeee! So Leute! Leute 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 Leute! Ich mach dir nicht mal na schluss, weil ich muss was essen und alles. Die ganze Nacht am ASUS-Marines bei der Verfolgung von Khaled Alastad weiter Richtung Hauptstadt-Vortrag. Es gibt nur noch sporadische Kämpfe, da sich den Rufstahl von Alastad einhalten zum Präsidentenpalast zurückziehen. Kommando, hier ist der Tenes Vazquez. Wapig auf dem Weg. Das lassen wir uns nicht entgehen. Wapig auf dem Weg.